Oh, er ist schon wieder. Unbekannte Bioformen im Sektor registriert. Sicherheitsdienst wurde informiert. Unbekannte Bioformen, da hängt voll viel Gewebe drin. Ich finde das cool, dass wir jetzt von uns hier sozusagen die eigene Erscheinungspunkung bekommen. Ich kann absolut nicht schießen, irgendwie. Leck gerade. Aber Holla. Ja, sorry, ich habe gerade eine Neuaufnahme gemacht, während ich hier einen Monster angesprungen habe. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Ich habe gerade an mir vorbeigesprungen. Ach nein. Ja, Sweet Lady, leck mich am Arsch. Nein, ich weiß nicht. Oh, scheiße, komm. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte der Ladehe... Fick dich. Alter, warum ist denn der Ladeheuer? Alter, warum ist denn der Ladeheuer? Ja. 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 Das war jetzt weiter. Wollt also unbedingt auf die Fahrtcour sterben. Stürb! ja ich konnte es lustigerweise noch nicht aufgehoben was heißt hier ist aber noch was es ist noch was das gut und so ja 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 jetzt sagt man bitte nicht, dass das irgendein Bug ist ich hoffe es ist einfach mal hier überall lang komm raus Leute, lass es mal mach einfach mal eben das mit der Brücke geht nicht, weil es in der Quarantäne ist deswegen ja das Ding hat doch gerade geleuchtet ja, da steht deaktiviert hä? verarschen? ach so, verstehe ich muss noch mal aktivieren und die Quarantäne bleibt, weil ich, ach Gott ich weiß jetzt warum die Quarantäne bleibt mhm, Ton auf der anderen Seite ich will hier noch zwischenzeitlich coole Monster angreifen ach, ich setze das die Stasi ja falsch ein jetzt kommt ein Vieh von hinten ist also klar ja, auch klar so bist du dran, ja jetzt war es richtig ach scheiße, wir haben wieder die tollen Explodierstücke hinter dir ich weiß ach, vielen Dank so okay, ein Moment okay ich bin bundesweit über das Medi-Pack-Line ich hab genug Munition was das angeht, okay Stars auffüllen, auf jeden Fall Vorsicht selber, immer mal wieder oh, das sind zwei von den fetten Viechern mit den Tentakeln an der Wand da und da das ist, äh Isaac, du bist fast da du musst die Energiezufuhr zur Brücke wiederherstellen, um den Marker zu bewegen sieh dich nach einer Kontrollstation am Ende der Wartungsröhre um okay, so trimm ich jetzt auch erst auf dem rechten der rechte ist schon tot das ist immer noch du, der da rumholt das muss ich mit dem Marker machen, ich hab auch nicht zugehört hier durch, oder was? super, ne danke ja sehr schön okay shop was will ich hier eigentlich? ich hab keine Ahnung einfach nur rein, das ist alles ähm ich glaub, ganz ehrlich, ich verkauf mir Vorsicht selber doch nochmal so ein Luftkannister ich weiß nämlich nicht, ob der Endfight obwohl, nein, der ist nicht ganz sicher nicht an der Luft ne, 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 glaub ich nicht ähm jetzt würdest du doch einen holen ne, ich hab ja einen und ich hab ja meine Luft komplett aufgefüllt also komplett abgegradet also eigentlich eigentlich nein, nein, das passiert schon nichts, glaub ich ähm ne, die Packs hab ich eigentlich auch noch ja, fünf und ein großes ja, ist okay wird schon werden wird schon schief gehen, Leute ja, super ein Tritt Schwerelosigkeit wie viel Munition hab ich ich hab über 100 Schuss also eigentlich dürfte das reichen okay wir probieren's keine Ahnung, wo es hier lang geht bei der Rosi sehr cool gemacht ist das Spiel auf jeden Fall kann man nix gegen sagen nein die Kiste kaputt schla- Kiste kaputt schlagen, danke da fliegen überall Arme rum also jetzt kann ich nicht kann ich da oben lenken ich kann grad nicht lenken ist jetzt da nee, da ist zurück da ist vor, ne ja Alter, ist das verwirrend hier hoppatiho hoppati ging auch noch kaputt rum mein Kopf okay ui guck mir wird gleich schwindelig nein, okay wird's mir nicht aber egal okay naja, komm und Sport machen Stars-Effekt naja oh Gott sagen wir mal erst mit Dinger auf, oder was ist das? Starser jetzt brauchen wir wieder Starser na wunderbar, das freut mich ich nehme an, dass die Klappe auf der ich stehe gleich aufgeht, oder na, wir probieren's einfach aus oh nein nein ich muss jetzt wahrscheinlich zurück aber die Dinger drehen sich jetzt, oder? ist nicht euer Ernst oh nein okay, jetzt brauche ich mindestens 20 Stase-Packs, ihr Witzbolde erst mal auf die andere Seite das war boah, Glück das war boah, Glück jetzt auch noch hier, ne? da können wir jetzt Prost gestorben sein ich habe beliebt, ich brauche ich unglaublich viele Schüsse ja, lustig ist aber, dass ich aber jetzt hier Starser bekomme Staub brauch dich wow ich bin nochmal weg werde ich angesogen, ich hoffe nicht äh, wo war nochmal da, genau wenn das langsam ist, dann ist es egal zum Glück da ist nichts so da war wieder ein Monster egal, ich will nur springen ich brauche kein Monster voll keine Angst hä? würde da gerne hoch oh, soll ich echt ne Dinger klang machen? so, das ist gar nicht die Dinger, das an der Boden verdammt 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 die lagen hier doch schon oh nein scheiße auf dich habe ich jetzt so richtig gar keine Lust komm mal her, noch ein Stück ja, ja oh Gott, gehst du mir jetzt schon noch mehr vor allem die normalen waren ja noch ganz lustig, aber die schwarzen davon sind ja abartig also also, äh, verzeihend wisst du was ich meine es gibt einmal die normalen Gegner und es gibt die Gegner in schwarz metallic wo sie dann einfach nochmal übelst viel mehr aushalten wie man eben an den Dings sehen konnte an diesen kleinen drei schwänzigen ja, schwänzigen Viechern-Dingern da halt ich wisse schon wie ich meine die drei schwänzigen die drei schwänzigen Dinger, ja äh ganz ehrlich Leute, ich hab keine Lust mehr also, ich hab, äh keine Lust mehr, äh, von irgendwas zu wenig haben zu können ich kauf mir jetzt noch na, wohl komm ich kauf mir noch Medipack ach, tot brauche ich nicht mehr eigentlich äh und ich kauf mir noch ich hab Angst, dass ich echt nachher zu wenig hab auch wenn ich jetzt um die 200 hab, aber ich na, oh oh wow ok, ich kauf noch mehr ich hab echt ich hab einen Verbrauch von den Viechern von den Dingern das geht echt gar nicht also der Verbrauch ist echt böse so ok Speicherpunkt hab ich grad schon gesehen den werd ich jetzt auch mal eben bevor ich irgendwas anderes mache noch benutzen oh leid FPS Einsturz hier so, wir sind fast da boah nach 10 Stunden Game Time sind wir jetzt da wo wir jetzt sind ich will nicht mehr, ich will nicht mehr ok wir ziehen das jetzt durch wo auch noch nicht mehr Stase dafür egal, mit Stase ist besser du siehst jetzt gerade hier zurück, ne? nein ich musste die Dinger ich war gerade nur in diesem Lüftungschack um die Dinger hier zu aktivieren weil sie sind das ist sehr schön auf dem Lüftungschack